Hallo und Willkommen bei unserem nächsten YouTube Video. Wir haben ja jetzt einige Wochen nichts veröffentlicht, hat aber auch seinen Grund. Wie ihr wisst hat das mit der Dachbox ja damals angefangen, indem Stefanie, also meine Frau sagte, nachdem ihr das Auto angeschafft habt, Nils, wenn mein Kind kommt, muss das Auto wieder weg, weil es passt ja nichts rein. Da habe ich mich auf die Suche nach Dachboxen gemacht und habe auch eine Dachbox entwickelt, die ganz gut funktioniert, Aerodynamik perfekt, Stabilität perfekt, schön leicht und so weiter und so fort. Alles schön und gut, wir waren ganz glücklich. Ja gut, jetzt vor kurzem nächste Frage von meiner Frau. Nils, was ist eigentlich mit Zwillinge gekommen? Und dementsprechend waren wir jetzt ein bisschen beschäftigt damit, weil wir eine Lösung finden mussten, Auto muss ja trotzdem bleiben. Und ja, Thiago dreht jetzt mal die Kamera herum und das ist quasi unsere Idee, wie man das Ganze umsetzen kann, indem wir einfach zwei Dachboxen haben, zwei Kinder, zwei Dachboxen, passt also eigentlich ganz gut. Da wird ja sogar ein Zwillingskinderwagen reinpassen, weil man kann ja beide Dachboxen verbinden, was auf jeden Fall Sinn ergibt. Hier haben wir noch die perfekte Aerodynamik, die uns ja immer sehr wichtig ist, wir haben das Ganze jetzt noch nicht im Winkanal gehabt, aber einfach mal simuliert und ist rausgekommen, eigentlich weiterhin perfekt. Nein, aber Quatsch, das ist natürlich ein Spaß. Wir haben einfach nur die Oberdachbox gerade einmal kurz draußen fotografiert und hatten die gerade sowieso auf dem Auto drauf und haben sie kurz aufeinander gelegt, um jetzt einfach mal so tollen Bilder zu erstellen, in dem zwei Dachboxen noch im Auto sind. Ja, gebt gerne im Video noch ein Like nach oben, teilt es auch gerne mal, vielleicht geht das ganze Jahr ein bisschen viral. Wir würden uns natürlich freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao!